krass mann alles klar bei euch leute was geht ab ich freue mich extremst dass ich jetzt vor der rinsen bin und mit euch ein bisschen klartext reden habt ihr schon gesehen ich habe ein bisschen bart ja ja ich habe ein bisschen bart bekommen ich bin gerade ein bisschen in wildnis und so weißt du so richtig so sahara mahara guck mal so landschaft bruder jetzt doch ein bisschen guckt mal ganz drüben ganz drüben spielen ein paar kinder weißt was drei jahre gefängnis oder so ich habe mir gedacht ich werde ein bisschen mit euch reden ich will eure aktivität sehen das video wird einfach keinen sinn ergibt aber ich bin extrem gespannt einfach wie aktiv ist einfach dieses video und ich merke durch die legs wie aktiv ist es versteht ihr einfach bruder was los also reicht einfach ich habe mir auch gedacht meine lieben freunde ich werde ein bisschen andere videos zu produzieren so wie ich bin ja mit meiner art und weise so wie ihr mich auch abonniert habe deshalb leute werde ich einfach mit meiner art und weise improvisieren hin und her mit der kamera reden und euch sozusagen verrückt machen aber das ist meine art und weise wie ich mit euch rede guckt man guckt man easy peasy lemon squeeze danke noch mal für alles mit dem freunde bewertet einfach dieses video damit ich merke so dass einfach aktiv sein schreibt in die comments auf was ihr bock habt ihr wisst ganz genau ganz freunde dann danke für alles und ja vladimir 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 putin